Ich bin gespannt über das Level. Du kannst mich näher rutschen, ich bin... Ich gucke zu, bin aber gar nicht da. Vergiss das direkt, ey. Jetzt wird schön falsch, Dustin hier gedrückt. Shit. Ich bin verwirrt. Scheiße. Das ist echt... Was ist das für ein Level, ey? Das ist ja alles pink. Ruhe. Alter. Äh, okay. Alter. Was ist das für ein Level, Alter? Wie hat sich das denn aus gedacht? Der gehört auch geschlagen. Ja, komm schon. mietchen nicht auch jetzt wirklich die schafft das nicht da habe ich vorhin drei minuten gebraucht ja 322 wenn sie mit der letzten wand entlang laufen kann ich habe das nächste mal versucht es ging nicht und da wo du einfach an der wand entlang daran bist da die ersten 45 sekunden damit ich dann mal geradeaus runter gerutscht diese diese fläche und mit drei mal einfach nach links oder nach rechts hinunter gefallen das ist aber echt unübersichtlich eine minute fünf sollen wir dafür brauchen hier oben und der rekord 48 sekunden krasse respekt ja also ich werde dafür dass wir velocity machen das ist irgendwie lustig ja ja velocity hört sich so nach einer stadt an das kann ich aussprechen sind immer wenn wir das mit dem velocity und ja das letzte rennen dann theoretisch habe ich ja schon gewonnen das letzte rennen dann und danach dann rennen dann egal ja ich bin weg weil ich glaube dann sind wir nämlich bei der zeit ich ignoriert einfach einen schlechten witz und streck mich noch einmal und dann starten wir und dann starten keine ahnung was hier passiert was zum teufel was was okay cool so geht das ist schon viel einfacher oder auch nicht weiter was weiter was was geht ab ich habe absolut keine ahnung wo lang was geht was geht was das ist das schwerste in der devils zu checken wo man lang muss was geht ich jetzt doch wo 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 Ach, noch eins. Ach, noch eins. Eh? Eh? No, 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 no. Das war's für mich. Ich rutsche mal rüber. Das wird schon. Kleine Chance. Und was denn den Meister rein? Ach so, ich dachte, jetzt käme ich. Egal. Dann erst der Meister. Einfach schon in den Arsch in die Kamera gestreckt. Ja, sie ist meine Zahl. 2, 3, 20, 58. Ach so. Ach so, die meinst du. Du bist aber überall schlechter gewesen als dein Vorgänger. Das ist alles die Top-Rekorde oder so. Weiß ich nicht. Das würd jetzt auch sagen. Ist das meine Zeiten zum Weltrekord? Ja. Du Scheiße, Alter. Hallo. Wo steh ich denn hier drauf? Die doch hoch. Ja. Der Schwung wäre schon mal geil gewesen. Sonst krieg ich keinen Schwung. So. Ja, klar. Von ganz vorne wieder. Gibt's auch sonst nichts zu tun, Leute. Das war zu gut. Ey. Wow. Wie ich dieses Spiel liebe. Mann! Ich fall doch nicht runter! Ich springe hier wieder und räume hier unten ab. Das kann ich besser. Ja. Wow. Ja. Ich springe dann nochmal auf und dann kann ich das Spiel auch vielleicht. Vielleicht hab ich dann bis dahin gecheckt, wie man das macht. Weil ich drücke RL2, aber sie macht's einfach nicht. L1. Zwei verspricht. Nein. Ich dachte L2 zum Loslassen. Leider lässt sich ja nach unten fallen. L2 alles nach unten, L1 alles nach oben. Boah, alter Schwede. Klar, wenn man die Steuerung auswendig kann, dann weiß man das auch. Ja. Alter, ich fallte die auch. Ich will ja nicht einmal von vorne anfangen. Vielleicht kannst du das mal schaffen. Ich weiß überhaupt nicht wo ich gehen muss. Da gibt's mir auf, Leute. Oh, du scheiße. Du kannst ja auf Kreis drücken, dann ist ja ungefähr, wo du hier musst. Was?! Das wollte ich gar nicht! Fuck! Ich kann ja sagen, du musst nicht darum. Wow, dankeschön. Ich nehm dir nicht jemanden entgegen. WTF, Alter? Ja, ne? Ja. Nein, nun. Am geilsten! WTF?! Ich dachte, da wär irgendwas! Guck doch erstmal, wo du hinspringst und nicht einfach springen! Warum machen die da so einen fucking Durchgang, wo dahinter einfach mal nichts kommt? Doch, da kommt doch was! Du musst doch richtig gucken! Kann ich nicht hier in der Renn? Nein! Aber knapp! Ja, vielleicht, wenn du abspringst, hättest du auch gepasst. Aber guck doch mal hoch! Ja, eh, zuweiter hoch! Da ist doch so ne Stange! Wollen die mich eigentlich verarschen, Alter? Was war das?! Wow! Das war übrigens eher alt! Ja, Leute! Ja, es ist einfach kein Game für mich! Es ist ja nicht Strategie! Ich versuche hier einen lang zu rennen! Das könnte sogar auch klappen! Ja! Wow! Gerade konnte ich noch ein bisschen da ran entlang rennen! Wie zur Hölle soll man denn an die Stamme da oben dran kommen? Ja, ne Wand drehen, dann drehen und abspringen! Ja, okay, so könnte man es vielleicht auch! Dauert nur länger! Knapp vorbei! Ist auch daneben! Ich kann also der Wand nicht entlang! Warum zur Hölle durch dich da jetzt auf R1?! Wieso hältst du dich jetzt nicht oben dran fest? Ach, egal! Wie immer so ein Reinfall für mich, weil ich es einfach nicht... Ich kann es einfach nicht! Ich sehe dann die Sache nicht und weiß dann auch nicht, wie es machen soll! Wohu! 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 Du dummest du Scheiße! Möchtest du das hier beenden oder noch was rufen? Halt dich doch fest, man! Bist du zu dumm?! Jetzt mal ohne Scheiße! Halt dich festens fest, Alter! So! Wieso konnte die eben an der Wand entlanglaufen und diesmal nicht? Ich übernehme hier mal die Wand weg, das ja! Nein, es ist so weit! Pfff! Kein Plan! Ich müsste das machen mit dem Wechsel, das hat eben schon nicht funktioniert! Aber wenn ich jetzt hier abspringe, passiert auch nichts! Ja, jetzt häng ich da wieder wie so ein Schluck Wasser in eine Kurve! Da komme ich nicht hin! Okay! Kein Plan! Ich nehme bitte schön den dritten Weg, der nicht existiert! So, ich gehe jetzt zurück! Ich gehe da oben hin! I believe I can fly! Scheiße! Das haben wir schon! Nein! Okay! Eben konnte ich an der Wand entlanglaufen, da so ein ganzes Stück! Und jetzt kommen wir aber auch nicht zu der Stange hin, weil die da hinten... Ja, natürlich! Da bin ich so einen Millimeter zurück, ne? Kein Plan! Kein Plan, Leute! Ihr habt es gesehen, wie es bei Tobi geht? Ich habe keine Ahnung! Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll! Selbst der Tipp mit an eine Wand rennen bringt mir persönlich einen Scheißdreck! Selbst wenn ich jetzt hier rüber springe und darüber komme ich niemals so hoch! Da gibt es wahrscheinlich wieder irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne! Nein! Du weißt jetzt alles! Mehr gibt es bei den Spielen! Da muss man es nur noch hin kriegen! Okay, muss man nur noch später im Moment ja noch höher ist! Du weißt an der falschen Wand! Ja, gerade habe ich es versucht! Wenn ich aber auf der anderen Wand laufe, komme ich ja nicht rüber! Ja, super! Wer hat dieses Loch in den Boden gerissen? Wer war das? Ja, lauft groß an der Wand entlang! Kein Plan! Hier! Ne, ihr habt es ja schon gesehen! Tobi weiß ja schon, wie das geht! Ich gucke mir das gleich auf jeden Fall mal in dem Video an! Bitte nur einmal diese Wand rüberbringen! Ich möchte einmal wissen, wie man das macht! Ich check es nicht! Du weißt an der Wand entlang! Das mache ich doch auch die ganze Zeit! Du weißt an der Wand entlang, dann drehst du dich um und springst und voll daneben! Ja, genau! Ja, genau! Ja, das war's ruhig auch die ganze Zeit! Und ich treffe einen Helm! Ja, okay, jetzt kriege ich das jetzt auch nicht mehr! Du hast das Spiel kaputt gemacht! Das ist ein Bug! Ja! Okay, das kann man natürlich auch machen! Wo bin ich? Ich sehe doch nicht mehr, wo ich... Gebt mir! Nein! Es ist heiß! Okay, man kann sich also einfach später noch... Boah! Zum dritten schaffst du jetzt aber! Ja, du solltest jetzt springen und dich dann im Sprung rumdrehen, Alter! Genau dafür tue ich das! Ja, geht auch nicht! Ich dachte, das hätte man da noch ein bisschen für... Oh Gott! Gut, anscheinend kann man da nicht rüber springen! Ja, ey! Ja, ey! Du bist da und danach da! Ja, ey! Ich dachte, es gibt da vielleicht noch irgendeinen Trick für... Es ist halt dann nach hier hin zu springen, weil das kann nie! Aber du hast das Ding bekommen und bist jetzt oben! Das ist doch Cheating hier! What the fuck! Du warst aber nicht! What the fuck, Alter! Mann! Hallo! Hallo! Mann, Alter! Das geht's doch nicht! Ja! Ja! Geh bloß in Hallo! Ja! Wow! Wenn du dann nichts in der rechts kommst, werde ich es nur noch fallen lassen! Alter, wie zur Hölle! Was machst du denn auch da? Ja! Geh doch einfach da hoch! Ja! Das läuft ja vor! Ach du ja, wir sollen erst mal gucken, wo man hin muss! Ah ja! Ja! Nein! In dem Weg hab ich mir alles angedacht! Nein! Zu viel abgesprungen! Fuck! Fuck! Ja! Und dann ist da wie ein Spalt dazwischen! Ich versuche diesen Weg! Hallo! Wieso komme ich denn da manchmal nicht hoch? Sag mal! Du bist da gerade gegen gerannt und hoch gelaufen? Dann kannst du da so jetzt auch noch! So! Ich versuche mit genau diesen Weg! Ja! Weil ich auf den zweiten rüber möchte! Und nicht auf den kürzeln! Ja! Weil ich auf den zweiten rüber möchte! Und nicht auf den kürzeln! Ja! Ich bin raus! Ja! Ja! Das ist so peinlich, was ich dir abliefere! Mann ey! Ja! Hauptsache diesmal springst du gar nicht ab! Ach komm schon! Dann nehme ich eben diesen Weg hier! Ja! Bin so früh gesprungen, weil ich eben auf dem anderen zu spät gesprungen war! Ankommen durch trotzdem nicht! Der Weg glaube ich wäre sogar ganz geil hier rüber! Dann habe ich einfach die Stier! Jo! Hat sie da vorgebracht! So noch einfach die Wand! Dran R1 und nochmal auspringen! Ja! Okay, das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum sich da nicht festgehalten hat! Das mit dem rüber habe ich eben schon mal versucht! Da hat sie mich funktioniert! In der Runde davor hat er funktioniert mit dem... R1 und dann rüber! Dann nimm doch einfach die zweiten und dann... Ja! Ich spinne schon wieder! Egal! Es hat funktioniert! What the fuck! Da rutscht sie da rein! Willst du mich verarschen, Alter? Wirst du mich eigentlich komplett nur noch verarschen? Was? Egal! Ich habe nur 10 Bloominger gebraucht bis jetzt! Ich weiß gar nicht, wie viele Ziele noch kommen! Ah, eins nur noch! Sehe ich ja auch nicht in der Ecke! Ja! Ja! Sie hält sich fest! Sie hält sich! Alter! Halt sie doch auch fest! Was? Wieso kriegst du R1? Ja! Ja! Ich check das nicht, wann man springen muss und wann nicht! Irgendwie macht das das ganz einfach geil sehen! So! Grüßes! Denk über mir! Das hat ja wunderbar funktioniert! Schenkst du, was R1 bedeutet? Ja, ist R1 zu spät! Ja! Ich stücke ein Flamm, was man so ein bisschen machen würde, G-Way-G! Ja! Ja! Schnell genug, steht da! Schnell genug! Schnell genug! Guck mal, in dem vorletzten Bereich war es sogar 10 Hundert so schneller als du! Haben wir auch noch mal schön in Ruhe Zeiten! What the fuck! Alter, guck dir mal die Shaker an! 48! Du schnitzig, KMH war aber schneller, aber! Ja! 4449 Meter! Du brauchst mehr strecken! Aber, naja, sagen wir es mal so! Man fällt auch schneller, als was man rächt! Ich bin dreieinhalb Kilometer zu viel gelaufen! Nein, das war es nicht! Okay! So! Danke fürs Zusehen! Wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, dann habt ihr echt, äh... Nervbewesen! Ihr könnt auch vorher schon überspringen! Bis zu dieser Minute! Das wisst ihr aber natürlich vorher nicht! Eben! Deswegen müsst ihr erst das erste Mal bis hierhin gucken! Und wenn es ihr dann eurem Freunden zeigt oder empfehlt, dann könnt ihr bis zu dieser Stelle springen! Auf jeden Fall! Vielen Dank fürs Zusehen! Ähm... Das war das, was ich vielleicht eine Minute länger brauche bei einigen Sachen! Aber diese eine Stelle ums Verrecken nicht! Ja! Das war das, was ich nicht lange! So! Bei nächstem Mal gibt's dann mehr Battle of the Baddest und mehr in die Fresse gehauen! Battle of the Baddest! Absolut! Heute... The most worst... Guy in the world! The worstest worstest! The baddest worstest! The worldest worstest world... Ja! Waldo! Nein! Ähm... World, worldest man! World of Warscraft! Wir beenden jetzt! Tschüss! Besser!